Nun ja, eigentlich tun das viele Leute. Die grüne Bewegung, ich meine, wie jede politische Bewegung, will Macht. Macht über das Leben ist Macht über alles. Also wissen Sie, Sie haben ja ein offensichtliches Problem. Es hat schon immer, spätestens seit Marx und der Französischen Revolution, eine Gruppe in der Gesellschaft gegeben, die alles umstürzen will. Das ist ein gutes Mittel, um alles zu stürzen. Und das wäre fast schon ein sozialpsychologisches Problem. Warum gibt es solche Menschen, die phänomenal unglücklich sind? Für Unternehmen bringt jede Änderung des Energiesystems Billionen von Dollar. Also, wenn es verfügbar ist, wenn die Regierung es machen will, dann gibt es viele Leute, die die Hand dafür aufhalten. Den Universitätsverwaltern ist die Wissenschaft völlig egal. Sie wissen nur, dass, wenn in Amerika jemand für die Wissenschaft bezahlt, 50% der Kosten für die Verwaltung anfallen. Also sind Sie damit zufrieden. Die Einzigen, die auf lange Sicht unglücklich darüber sein werden, sind die Menschen, die darunter leiden werden. Und das sind die einfachen Leute. Ich meine, für die Wohlhabenden stimmt es. Sie könnten es sich leisten, das Doppelte für Energie zu bezahlen. Aber wenn man von Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebt, kann es das Ende des Lebens sein. Aber wenn man von Gehaltscheck zu�ibt kann, Vielen Dank.